Ja, auch Word bietet eine eingeschränkte Funktion, Grafiken freizustellen. Wir haben es im vorhergehenden Video ja versucht, mit der transparenten Farbe, also Bild anklicken und hier bei Farbe transparenter Farbe bestimmen. Und dann haben wir hier oben nur einen bestimmten Bereich gehabt, der dann transparent war. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, hier mit der Funktion freistellen. Jetzt wird dieses Bild so lila eingefärbt und man sieht schon, hier ist ein Rahmen, der praktisch das, was freigestellt werden soll, einrahmt. Hier unten wird es allerdings schon mal abgeschnitten. Ich vergrößere hier diesen Rahmen, dass hier diese Füße mit dazu kommen. Aber man sieht hier schon, dieser Farbübergang, diese Farben hier im Pinguin und im Hintergrund waren wohl zu ähnlich. Und das Programm markiert jetzt praktisch hier diesen Bereich so, als würde es dann nachher nicht dazugehören. Ich kann hier aber auch sagen, beibehaltende Bereiche markieren. Ich kann jetzt also hier mit meinem Stift hier drüber fahren und, naja, sauber wird das hier nicht ausgeschnitten, aber besser, als wenn hier so eine Ecke fehlen würde. Und hier unten, da ist der Boden noch verfügbar. Wenn ich das nicht haben will, dann kann ich sagen, die zu entfernten Bereiche sollen markiert werden. Ich kann jetzt hier also so eine entsprechende Linie ziehen. Na ja, das schneidet dann auch wieder die Füße ab, aber das ist schon wesentlich besser als vorher. Und dann sage ich Änderungen beibehalten. Und die Grafik ist jetzt wirklich freigestellt. Wenn ich jetzt also hier einen Hintergrund entsprechend auswähle. Jetzt. Dann sehe ich also, hier habe ich die Pinguine entsprechend ausgeschnitten. Also nur diese drei habe ich dann noch aus dieser ursprünglichen Grafik sichtbar.